Hey, nimm doch gerne Platz. Was fehlt dir denn? Schnupfen, Husten, Halsweh. Verstehe. Ja, sonst noch Symptome. Okay, okay. Ja, das geht momentan um, aber ich untersuche dich natürlich auch sehr, sehr gerne. Ja, toll, ich soll die Handschuhe anziehen und ich habe auch kein Problem, die auszulassen. Da manchen Patienten bin ich da nicht so genau. Ja, dann lass mich doch mal fühlen, ob du Fieber hast. Ich müsste das auch nochmal ganz kurz an deiner Hand fühlen. Da ist ja auch Puls, genau. Ja, das ist wirklich sehr schön und angenehme Hände. Sehr schön zum Halten. Können ich mir auch für die Zukunft vorstellen. Ob du Fieber hast? Ne, ich glaube nicht. Soll dir gut sein. Hier, dir läuft aber an die Nase. Hier ein Taschentuch. Kein Problem. Okay, magst du vielleicht auch was trinken, wenn du schon mal da bist? Ich kann dir ein wenig Wasser holen, oder? Ich meine, du hast ja auch viel Flüssigkeitsverlust. Könnt ihr, könnt ihr aber auch einen Tee kochen oder ein bisschen Wasser oder ein bisschen Apfelsaft, Cola? Egal, ich kann es dir holen, okay? Du musst mir nur sagen, was du willst, dann hol ich dir das jederzeit, jederzeit, okay? Ist gar kein Problem, ja? Mir liegen viel daran, dass sich meine Patienten bei mir einfach wirklich wohl fühlen. Also, zögern ist ja okay, zögern. Du zeigst jetzt, deine Nase tut dir weh. Lass mich mal ein wenig abtasten. Ich muss mal kurz gucken, wie das bei meiner eigenen Nase ist. Okay, lass mich mal kurz reingucken. Mal bitte kurz den Kopf hoch. Oh Gott. Ich geh einfach noch ein bisschen hoch. Okay. Ja. Die schaut ein wenig gerötet aus. Weißt du, was da hilft? Hätte mich auch gewundert, weil ich bin ja die Ärztin. Also, am besten machst du da ein paar Nervalspülungen. Das hemmt die Entzündung. Allerdings, weißt du ja nur, die Harten kommen im Garten. Tut vielleicht ein wenig weh, weil das jetzt entzündet ist. Und wenn dann da Salz hinkommt, da streut man ja wortwörtlich Salz in die Wunde, wenn du verstehst. Das kann natürlich ein wenig weh tun. Ja. Wird vielleicht nicht ganz angenehm. Okay. Damit du vorgewarnt bist. Aber das hilft natürlich. Das schwellt das ein bisschen ab. Ich kann dir aber auch noch zusätzlich eine gute Creme aufschreiben. Dann, ich ziehe mal kurz von Herrn Schuh aus. Ja, du kriegst hier so ein kleines Zettelchen von mir. Da schreibe ich dir das schon mal schnell auf, welche Creme da gut hilft. So. Das wirst du wahrscheinlich nicht lesen können. Aber die in der Apotheke können das lesen. Okay, ist nicht schlimm. Die in der Apotheke von Herzen kann niemand lesen. Das sei denn, du bist auch Arzt. Kein Ding. Wofür die Zahlen stehen? Ja, das ist meine Nummer. Falls du krank bist, kannst du mir auch irgendwie eine WhatsApp schreiben oder so. Ich komme auch privat vorbei, wenn es ist und kümmere mich oder so um dich. Ja, kein Problem. Mach ich wirklich gerne. Ja, für wirklich all meine Patienten. Das liegt nicht irgendwie an dir. Keines Ohr gehört. Ähm, ansonsten kannst du mich auch einfach anrufen. Ähm, was? Ne, ich meine, du kannst mich anrufen. Dann können wir uns mal treffen oder so, wenn du willst. Ja. Hey, ganz ruhig, okay. So. Nein, ich würde dich doch hier anmachen wollen. Nicht, dass du nicht hübsch wärst oder attraktiv. Alles gut, okay. Also, magst du mir mal deinen Hals ein bisschen frei machen? Okay. Dann, gleich mal füllen, wie es mit deinem Hals ausschaut. Okay. Dreh dich mal bitte kurz um, dass ich hier hinten auch mal tassen kann. Okay, okay. Ja. Ja. Ähm, wir gucken jetzt nochmal rein, aber das wird wahrscheinlich nur bestätigen, was ich mir in meinem schlauen Kopf so denke. Bitte kurz den Mund aufmachen. Ja. Also, weißt du, wenn du mich daten würdest, das ist jetzt immer eine schlaue Person. Okay. Ja, ich seh schon, ich seh schon. Ähm, ja. Ähm, ne. Dein Hals ist ein wenig gerötet, also kein Grund zur Sorge. Ja, soll ich deine Hand halten? Ich kann dich beruhigen, okay. Ich bin, ich bin, das geht schon. Also, wie gesagt, ähm, kein Grund zur Sorge. Deine Mandeln sind einfach nur wenig gerötet und halt eben dein Hals, ja. Kann sein, dass du eine leichte Mandelentzündung hast. Und halt eben einfach, wahrscheinlich wenn dein Hals schmerzt, wird das kommen, okay. Dein Rachenraum ist einfach entzündet. Du hattest ja noch ein wenig ein Druckheitsgefühl auf den Ohren. Lass mich auch da mal kurz deine Ohren ablassen. Ja. Lass mich mal kurz reingucken. Oh je. Mal bitte kurz drehen, dass ich das andere sehen kann. Oh. Vielleicht in Neuigkeiten. Ich glaub, du hast wahrscheinlich einen Mittelohrenzünder. Das schaut nicht gut aus, aber auch dagegen ist dein Kraut gewachsen. Einfach Ohrentropfen nehmen. Okay. Ähm, die tust du mittags und abends, je nachdem, was auf deiner Verpackung draufsteht, ins Ohr reintropfen. Dann den Kopf ein wenig schieflegen und dann bisschen weiter rein, okay. Kann ich dir in deinem Ohr mal demonstrieren, wenn ich die da hätte. Reiche aber leider nicht. Ich schreib dir das auch mit auf, okay. Kannst du das in der Apotheke holen. Keine Sorge, das kannst du auch nicht lesen, aber die in der Apotheke. Ähm, warum die Handschrift von Herzen so unordentlich ist. Damit andere nicht sehen, was wir da schreiben. Manchmal schreiben wir da Dinge, die andere nicht lesen wollen. So ein Ziel, was du darauf bestimmt gut lesen kannst, ist meine Nummer, die habe ich vorsichtshalber nochmal draufgeschrieben. Weiß ich, ob die ersten Zeit nicht verloren geht, okay. Also schau dich nicht, mir nur Whatsapp zu schreiben. Willst du jetzt übrigens irgendwas noch dringend machen? Ich hätte Tee da, würde ich dir machen, egal welche Sorte. Ich geh aber los und kaufe dir eine Tee-Sorte. Ähm, Wasser, Apfelschorle, Cola, Wanda, egal was. Ja, ähm, nein. Okay, okay. Hey, ist doch alles cool bei uns, oder nicht. Alles gut, ja. Aber, ähm, also wie gesagt, die Nase, bisschen Salzspülung oder die Salbe habe ich dir aufgeschrieben. Für den Hals habe ich dir auch aufgeschrieben. Ne, das habe ich dir noch nicht aufgeschrieben, oder? Mach ich noch schnell, mach ich noch schnell. Hier, ähm, immer am besten den ganzen Glocke einfach mit. Schenke ich dir dann wieder an den Papiers. Ähm, ja, also für die Nase, die Salznasenspülung, kann man auch eine Apotheke kaufen. Dann brauchst du kein Rezept für, für den Hals, ähm, das, was ich dir aufgeschrieben habe, die Halstabletten. Und für die Mandelentzündung geht das auch. Für die Klauenentzündung habe ich dir das auch aufgeschrieben. Dann soll es auch bald wieder besser werden. Gibt's nicht komisch, vorher holt man sich so viele Krankheiten. Bist du wohl ein Pechwogel? Da weiß ich noch gar nicht. Vielleicht überlege ich mir das nochmal, ob du mir schreiben solltest nicht, dass du mal glücklich bist. Ähm, naja, aber, will gucken, also schreib mir erstmal und dann, ähm, überlege ich mir das, okay? Doch, doch, schreib mir einfach mal. Ähm, nee, das geht schon, okay? Kein Problem. Ähm, ja, schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, du wirst bald wieder gesund. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Und ich freue mich auf deine, äh, WhatsApp. Ich habe ja auch eine Apple Watch. Da gucke ich dann jetzt die ganze Zeit, ob du mir vielleicht geschrieben hast. Ja, ähm, ja, und wenn du wieder gesund bist, dann treffen wir uns mal. Und, falls es schlimmer werden soll, du ganz, ganz, ganz gern nochmal wiederkommen. Vielleicht kommst du auch einfach morgen direkt nochmal zur Kontrolle wieder. Und dann gucken wir, ja, keine Sorge, ich bin nicht immer so unprofessionell. Und dann bist du auch einfach wirklich, wirklich, richtig, richtig hübsch und toll. Ja. Also, ja, komm einfach morgen wieder, okay? Bis morgen, da freue ich mich schon. Ich werde den ganzen Tag auf dich warten. Ja, komm, komm, komm. Ja, komm. Ich werde den ganzen Tag auf dich vermischen Tag auf dich. Vielen Dank.